Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... RainerCraft 2 Ich bin dabei, 85 Wetter und ein kleiner Wuff Hallo Wo hier Müllbarm baut Ja, ich probiere das aus, was du dann später brauchen wirst Ich möchte mich hier, dass hier zwei Schranken hochfahren Also gleich so sagt, stopp, nicht weiter Zug kommt Ah, du weißt du? Ja, ja, ja Also keine Schranke, sondern ein Hindernis ausfährt Hier steht Startet oder stoppt die Lokomotive Lokomotivsteuerschiel Die hast du ja gebaut, ne? Ja Ja, ich habe gerade gesehen, wie süß der Zug, der gerade Slowmotion vorbeigefahren ist So ganz leise, still und heimlich zwischen uns durch Äh, bist du gerade durchgefahren? Ja, du bist durchgefahren Ja, ich bin durchgefahren Ich wollte das auch gerade durchmelden Das war sehr komisch Und ich trinke, weil es mal wieder 9 Uhr morgens ist, ein Kaffee Um genau zu sagen, wir nehmen diese Folge Um 9 Uhr 12 auf Aber nicht morgens, sondern abends Das musst du jetzt nicht sagen Ich trinke trotzdem mein Käffchen Mein Dünnkaffee Es kam jetzt überhaupt kein Signal Na ganz toll Entschuldigung Na nee, nicht du Aber so eine Katapultschine, die gibt doch eigentlich dauerhaft Feuer, ne? Ich habe angehalten, das hat eben lange gedauert Fast zwei Blöcke habe ich übersprungen Ach, wie kein Acht doch da Dachte ich, wir haben kein Stinknummer als Rettstum mehr Wir haben kein Rettstum mehr Ein Ticket Mal, was mit dem Zug mal ein bisschen schneller machen Jetzt komm mal bitte, v drüber Ja, ja, ja Ja, ja Ja, es gibt recht so Signal Wie geil Ja, du hast es aufgehalten Da war ein C im Weg Nein, 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 nein Ich weiß, was war Zurück Okay, ich fahr zurück Fahrt 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 Achso Das ist umgedreht Ja, okay Das Problem ist das Ich darf diese Schiene Oder nur diese Schiene verwenden Aber Dann schaltet es mir hier nur auf bereit Um Aber ich muss es irgendwie wieder schaffen, dass ich verlocken fährt Du kannst ruhig fahren Ich hab das ausgeschaltet Alles klar Also manchmal verstehe ich mein Handy nicht, ey Opa Falsche Richtung Dem hat sich mein komplettes Handy ausgeschaltet Und ist jetzt wieder eingeschaltet Und ist genau an der Stelle weitergelaufen, wo ich auch wieder einsetzen wollte Steuerschiene Komisch Steuerschiene Die nennt sich Lokomotiv Steuerschiene 491 30 5 16 Dazwischen Doppelpunkt irgendwo Steuerschießes Lokomotiv Die hab ich ja gebaut Das ist das hier unten Die Schiene Das ist die Eine Schiene Unten wo ich gebaut hab, ja Das ist die Fahrtrichtung Sendet Redstone Signal Wenn ein Waggon Passiert Passiert Die Schiene bräuchte es Äh Hof Welche? Die, äh Fahrt, na Fahrtrichtungs Defektor Ich hab meine Es funktioniert schon wie ich es brauche Ich muss jetzt nur noch machen, dass es so klappt, dass auf der Seite die Dinger hochfahren Stoppt und hält Waggons Na so klappt, dann passt das Ich hab nur das falsche Ding gebraucht War wieder bisschen zu kompliziert Ach, immer einfach denken Das reine Bruchsteine Das heißt nichts, außer Bruchsteine Gibt man nicht Ich hab mal ne Frage zu dieser Aufzugsschiene Heißt das, ich kann wirklich Mehrere Blöcke in die Luft gehen Du musst mit den Redstone-Signalen Musst du die, äh Hast du's da eh dabei mit Iceman Und, äh Ding in Techit Wo wir das doch ausprobiert haben mit der Aufzugsschiene Ne Ja doch, einmal haben wir das ausprobiert So ein, zwei Folgen Aber ich bedenke, wie viele folgen wir jetzt schon wieder Och Gottchen, echt schon wieder Es sind noch ein paar Minütchen Ich stelle mal eben die Uhr um Okay, ich hab's wieder eingeschaltet Ich hab mich mal Daumen jetzt gerechnet Heute läuft echt gar nichts Ah, jetzt nochmal die Schiene Ne, wissen Okay, braucht die Walzmaschinen Okay Leute, das dauert noch ein bisschen Was brauchst du denn? Auch Walzmaschine Walzmaschine, Walzmaschine Ey, Walzmaschine, bitte Ja, ich werde dann mal eben anhalten Sobald ich unter dem Ding stehe Weil mir geht also langsam das Wasser aus Ich hab zwar noch die Hälfte, aber ich will's nicht riskieren Oh, da müssen noch ein paar Stacks gemacht werden Ach, verdammt, jetzt stehe ich drunter Ach, wieder Alles gut Na, doch alles Okay, ich werde wieder befüllt Anscheinend, hoffe ich mal Jumale Schiene Los geht's So, was haben wir eigentlich hier noch in den Kisten Kann ich gar nicht nachgucken Und Und wieder auf dem Rückweg Ich bin natürlich neugierig, was die neue Strecke macht Mit Animal Also, andersrum, was die Animal mit der neuen Strecke macht Nicht, was die Strecke mit Animal macht Sie überraschen das Oh, das ist jetzt voll süß Also, glaub mir, eins ist jetzt ultra niedlich Ja, du, wir haben noch genug Fläche dafür, dass wir das ausprobieren können Oh, aua So Und die nächste Runde Yeah Hier sehen wir übrigens den äh, elektrischen Raum Damals sollte ja hier alles mit Elektrik fahren Aber es funktioniert am feinen nicht wo doll Na, es funktioniert nicht, wenn die Leitungen Oh, ein Pupsekäfer Eine Minigolfanlage So Okay, ich mein das ernst Das ist nicht angenehm Wir werden jetzt auch durch Okay, Leute, das war's wieder Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020